Was geht ab liebe Kampfsportfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTimeMMA. Gestern Abend bzw. Nachts hat die Dana White Contender Series stattgefunden und zuvor haben wir von Alexander Rakic mitbekommen, dass Ibo Aslan, der damals auch in Deutschland kämpfen sollte, es tatsächlich in die UFC geschafft hat und sich seinen Vertrag gesichert hat. Denn alle fünf Kämpfer, die gestern Abend bzw. nachts gewonnen haben, haben einen UFC-Vertrag gewonnen. Und der Österreicher, Ibo Aslan, ist ganz klar und deutlich in die UFC gekommen, um die Türkei zu repräsentieren. Denn in einem Interview nach dem Kampf sprach er auch über Türkisch Power, die er genutzt hat, um seinen Gegner per TKO zu besiegen. Und das war wirklich eine herausragende Performance von Ibo Aslan, welcher wie gesagt auch ein Teamkollege von Alexander Rakic ist. Und ja Freunde, es ist einfach richtig, richtig krass, weil Ibo Aslan meines Erachtens nach der einzige türkische Fighter momentan in der UFC ist. Und ich weiß, dass die türkische Community sich auch endlich einen türkischen Repräsentanten in der UFC gewünscht hat. Und ja Freunde, hier haben wir ihn. Der ganze Ibo Aslan kämpft im Halbschwergewicht. Er ist ein Riesentyp mit enormer Power in den Fäusten. Das muss man auf jeden Fall so sagen. Und ja, ist in diesem Sinne auf jeden Fall legit. Ja, er heißt sogar The Last Ottoman. Ja, also der letzte Osman in diesem Sinne. Und ja, hat vier Kämpfe hintereinander gewonnen. Jetzt zuletzt, wie gesagt, bei der Dana White Contender Series. Hat einen MMA-Rekord von 12 zu 1. Ist 27 Jahre alt. Und wird auch von einem Alexander Rakic extrem gehypt. Dafür, dass er halt ordentlich Potenzial hat, in der UFC auch aufzuräumen, Freunde. Ja und in einem Bericht, der jetzt über ihn, über Ibo Aslan von gestern Abend gemacht wurde, heißt es, Im Co-Main-Event stellte der türkische Halbschwergewichtler Ibo Aslan seine schweren Hände unter Beweis, als er jetzt den brasilianischen Herausforderer Paolo Renato Junior innerhalb einer halben Runde komplett auseinander nahm und sich so seinen Weg in die 205-Fund-Division der UFC bahnte, ins Halbschwergewicht. Zu Beginn des Kampfes schien es nur eine Frage der Zeit zu sein, bis das Schwere einfach anfing zu fliegen, bis die Fäuste begangen zu treffen und es war Aslan, der seine Schläge mit verheerender Wirkung losließ, als er Renato mit vielen und schweren Schlägen platt machte, um einen sehr guten K.O. in der ersten Runde zu erlangen und sein Ticket in die UFC auszulösen. Das Ganze argumentierte er mit türkisch Power und ich bin gespannt, was uns noch für türkische Power in der UFC von ihm erwartet. Supportet ihn, lasst ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal hier bei No Time in May.